Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Minecraft. Zu einer sehr, sehr beruhigenden Musik hier. Ganz entspannt. Und ganz ruhig. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschlafen seid, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Oh, schön. Ähm, freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich baue mir nochmal kurz ein Bett, damit wir die Nacht überbrücken können. Oder warte, dann können wir gleich hier die Dinger bauen. Ähm, Steinhacke. Zack. Eine Steinaxt. Zack. Ein Steinschwert würde ich auch gerne mitnehmen. Eine Steinschaufel nehmen wir auch nochmal mit. Äh, wir machen nochmal eine Hacke. Wir werden bestimmt einige brauchen da unten. Äh, wir packen die schon mal hier rein. Die Axt mit dazu. Das Schwert natürlich auch. Baumrinde können wir erstmal wegpacken. Dann haben wir hier ein Schwert plus. Dies haben wir. Bruchstein können wir auch wegpacken. Die Blumen können wir wegpacken. Kohle kann erstmal hier bleiben. Das Fleisch packen wir mal kurz weg. Äh, eine Steinspitzhacke. Das Hacke machen wir uns nochmal ein. Ich glaube, die brauchen wir hier unbedingt. Irgendwas hat sich da bei mir gerade bewegt, glaube ich. Ach, gar nicht. Er hat nur die Hacke in der Hand genommen. Ähm, ich glaube, wir werden die hier brauchen. Bin ich mir fast sicher. Hier raus können wir jetzt eigentlich Dings machen. Oh, ich wusste jetzt nicht, dass da so viele wären. So, warte. Packen wir die da drauf. Haben wir 59. Haben wir wieder einen Platz gespart. Das war eigentlich auch der Sinn. Ähm. Wir machen nochmal eine Spitzhacke vielleicht. Achso, das geht hier gar nicht. Müssen wir hier machen. Äh, Spitzhacke geht nicht mehr. Eine Axt geht auch nicht mehr. Schwert brauchen wir nicht. Was fehlt denn? Bruchstein. Fehlt. Da haben wir nicht mehr genug. Achso, okay, alles klar. Gut, macht ja nichts. Dann bauen wir den hier wieder ab. So. Wir stellen hier kurz unser Bett hin, würde ich sagen. damit es wieder hell wird. Zack. Wir schlafen hier schön irgendwo auf dem Baum, äh, auf dem Berg. Ist ja nicht so schlimm. Zack. Bauen unser Bettchen wieder ab, damit wir es wieder mitnehmen können. Packen das Ganze ein, dann brauchen wir nicht ganz zurücklaufen. Und ich finde das jetzt nicht unbedingt unrealistisch. Wenn man irgendwo in so einem Berg steht. Ich meine, diese Extremkletterer, das sind wir hier jetzt natürlich nicht. Aber die machen das halt auch und schlafen da irgendwo im Nirgendwo. Hier haben wir Kohle gefunden. Was auch schön ist. Können wir gleich mal unsere Spitzhacke ausprobieren. Damit geht das Ganze sehr viel schneller. Wir sollten vielleicht lernen, damit nicht immer den Dreck wegzukloppen. Oh. Oh. Und es hört nicht auf. Sauber. Die kann natürlich sehr viel mehr ab, ne? Und dann werden wir gleich unsere erste Höhle erforschen. Wenn wir dann diese tausende von Kohle, die wir mitgenommen haben. Mal sehen, wie wir das dann alles verbinden mit dem Berg und unserem Haus und, ne? Was wir dann auch noch unbedingt anfangen müssen. So in Folge 400. Aber mir ist das egal. Hab auch immer Angst, dass die Folgen ein bisschen langweilig werden. Gerade auch bei mir, weil ich halt nicht so viel Ahnung hab von Minecraft. Aber okay. Letztendlich, wer es gucken möchte, der kann das gerne gucken. Wer nicht, der eben nicht. Ist voll okay für mich. Zwingen kann man letztendlich sowieso keinen. Will ich auch gar nicht. Und für alles andere ist der Kommentarbereich da. Da könnt ihr gerne reinschreiben. Vielleicht sagt ihr da ja auch mal, ey, mach mal dies und das, mach mal das und das. Oder du kannst mit XY, kannst du, äh, äh, einen Wal fangen. Oder kannst Willy trainieren. Oder wie auch immer. Das weiß ich nicht. Wie gesagt, mein großer Nachteil ist einfach. Ich weiß nicht, ob das ein Nachteil ist. Aber ich, weil ich mich halt auch mit dem Spiel Null auskenne. So, wir wollten von da oben dann runter. Da läuft noch so ein blöder Skelett rum. Mit dem will ich mich jetzt nicht unbedingt anlegen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr so richtig, wo. Da ist ein Pferd. Hier war das, ne? Genau. Ein paar Fackeln sollten wir uns gleich vielleicht nochmal machen. Damit wir hier ein bisschen Licht in die Bude kriegen. Äh, Fackeln. Äh. Fackel? Fackel? Fackel. Müssen wir mehrmals hier draufklicken, ne? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Machen wir 15. Achso, das sind dann deutlich. Ah, okay. Ah, haben wir gut gemacht. Haben wir genau 60. Haben wir. Und dann haben wir so mit 64 Fackeln. Die tauschen wir mit dem Bett. Äh, ja. Steine habe ich jetzt auch nicht mit. Ich hätte vielleicht noch eine Kiste bauen sollen da oben in unserem Baumhaus. Damit wir die Sachen so ein bisschen los werden. Ansonsten muss ich hier die Steinachs nochmal wegschmeißen. Die wir dann nicht mehr brauchen eventuell. Denn ich will noch ein bisschen Stein mitnehmen. Davon haben wir nichts mehr. Von diesem Bruchstein. Aber wir werden hier bestimmt einiges noch finden. Ich will jetzt einfach nochmal die Höhle angucken. Was gibt es hier überhaupt? Was könnte man hier noch finden? Ich weiß, da hinten ist weiter Lava. Aber da sind wir noch weit von entfernt. Das Leuchten haben wir zwar gesehen. Ähm. Aber rangekommen sind wir da noch nicht. Und da wo wir gepennt haben bis zur Lava war es ein weiter Weg. Ich habe ein bisschen Schiss, muss ich gestehen. Ich klatsche mal hier eine Fackel hin. So. Da steht schon so ein Skelett-Arschloch. Kriege ich die hier auch irgendwie kaputt? Ich glaube, man kann sich daran wehtun, ne? Ich kann jetzt aber nichts mehr tragen. Scheiße. Dann schmeißen wir die Axt mal weg. Die ich direkt wieder versucht habe aufzuheben. Ich klatsche da auch nochmal eine Fackel hin. In der Hoffnung, dass der mich nicht gleich angreift, hier der Arsch. Von oben tropft's. Oh, scheiße. Ich weiß nicht, ob wir gegen ihn kämpfen sollen. Au. Au. Stirb, du Sau. Och. Hat uns aber einiges an Leben gekostet. Äh, jetzt haben wir Knochen. Warte mal. Schmeißen die auch nochmal weg hier. Machen die mal kurz hier rein. Damit wir essen können. Und jetzt wollen wir wetten, wenn ich gleich hier hingehe, nimmt da die Steinachs doch nicht. Knochen haben wir jetzt. Knochenmehl können wir daraus herstellen. Okay, prima. Oh, das war unser erster Schwertkampf, wa? Wollen wir mal eine Fackel hier hin machen? Zack. Hier vielleicht auch nochmal. Aber ich hoffe natürlich, dass hier nicht so viele Viecher sind. Da hinten kommen wir sogar schon wieder raus. So viele Viecher sind denn sonst, äh, haben wir es ein bisschen schwer. Mit dem Durchkommen hier. Ich klatsche jetzt erst einmal nur mal überall so ein paar Fackeln hin, damit wir überhaupt was sehen. Hier ist Wasser. Wo ich direkt mal reinfalle. So, da stellen wir auch eine hin. Okay. Hier gibt es noch ein paar Dinge. Hier ist noch ein bisschen, äh, Kupfer wollte ich gerade sagen. Ähm, Kohle. Die wir natürlich mitnehmen. Dann weiß ich aber auch nicht, was das da, äh, äh, neben noch ist, was da so rumleuchtet. Kohle. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir hier so viel Kohle finden. Hat da eigentlich schon die Befürchtung draußen am Berg, wo wir da nur so ein bisschen Kohle gesehen haben. Mache ich überhaupt so viele Fackeln? Reicht die Kohle überhaupt? Sollte ich jetzt schon Fackeln machen? Das sind immer so dieses, ne, so ein bisschen geizig sein. So ein bisschen Angst haben, dass die Ressourcen nicht reichen. So. Hier ist es natürlich sehr dunkel. Aber hier gibt es noch immer Kohle. Ich glaube jetzt nicht, dass wir hier unbedingt eine Fackel hinbauen müssen. Aber dass wir eigentlich noch recht gut erkennen können, dass das Kohle ist. Okay, jetzt wo ich sage, erkenne ich nicht mehr, ob es Kohle ist. Ah, ah, wow. Wow. Okay. Ich habe nichts gesagt, Freunde. Ich habe so immer ein bisschen Angst, dass irgendwas auf meinem Kopf fällt. Ich weiß gar nicht, ob das geht, aber... Wenn wir da irgendwo den Boden abbauen und da sind ganz so eine Horde... Skorpione wollte ich gerade sagen. Äh, äh. Skeletor ist da unterwegs, dann sind wir am Arsch. So, wir können keine Kohle mehr tragen. Ah. Mist. Aber unsere Spitzhack ist eh gleich kaputt. Dann schmeißen wir mal... ...die Sandklumpen weg. Jetzt haben wir uns ja die wieder ein. Ist ja doof. Und dann müssen wir sowieso irgendwie mal zurück, dass wir uns da eine... ...Kiste bauen, dass wir da ein paar Sachen reinpacken können. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus, oder was? Wobei, guck mal, hier ist ja auch noch was. Ich weiß... Achso. Was war das? Nur Gebüsch, oder was? Ich weiß halt noch nicht genau, wie hier irgendwas aussieht nach irgendwas. Ich weiß jetzt zum Beispiel auch nicht mehr, was das ist. Ich glaube, ich habe einen Bogen gehört. Ich höre einen Bogen, definitiv. Ich schmeiße die Spitzhacke mal weg. Das ist Eisen, ne? Roheisen, jawoll. Ich höre definitiv einen Bogen. Ich weiß noch nicht, wo er ist. Stimmt da oben weiter irgendwo. Ich ärgere mich jetzt ein bisschen, dass ich mir keine Kiste gebaut habe. Und jetzt... Vielleicht geht es ja auch irgendwo noch weiter, wenn ich mich reingrabe. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall. Und jetzt nicht genug Platz habe. Ich habe immer Angst, dass ich irgendwas verpasse. Ich baue mich hier mal kurz ein bisschen hoch. Äh. Jetzt habe ich die Axt genommen, ich Idiot. Nein, das war Erde. Das wollte ich gar nicht. So, da ist aber auch was runtergefallen. Ein bisschen vorsichtig sein, weil ich nicht weiß. Wo der Arsch hier ist. Okay, hier ist nichts weiter. Müssen wir uns doch mal gucken, was wir hier mit der Höhle vielleicht machen können. Wie wir die verbinden können. Oh, es wird schon wieder Nacht. Und jetzt spawnen hier bestimmt gleich irgendwelche Viecher. Also gehen wir mal zurück, stellen unser Bettchen hier irgendwo auf. Und übernachten heute mal ausnahmsweise in einer Höhle. Wir haben jetzt auch irgendwo so einen chilligen Bereich gebastelt. Guck mal hier. Wenn wir den jetzt noch da wegkloppen. So. Und da jetzt unser wunderschönes Bettchen hinstellen. Äh. So. Zack. Dann können wir uns hier hinlegen. Monsterjäger erzielt. So, wir nehmen unser Bett wieder mit. Aber wir haben wieder diese verpissten Steine hier aufgehoben. Zack, weg damit. Oh, alle weg damit. So, vier Stück. Er schmeißt die alle einzeln weg. Ähm. Tauschen das wieder mit unserer Werkbank. Und dackeln weiter durch die Höhle. Unsere erste Höhlenexpedition. Das war die kaputte. Da machen wir nochmal eine Fackel hin. Geizen müssen wir ja nicht mit den Dingern. Aber so erhellen wir das Ganze mal. Ich bin mir aber sicher, ich höre hier irgendwo... Oh, da oben ist Eisen. Ich bin mir aber sicher, ich höre hier irgendwo... ...ein Skelett. Das heißt, entweder gibt es hier noch irgendwo eine Höhle. Eine Höhle in der Höhle. Was ich mir definitiv gut vorstellen könnte. Ja, schaufeln werden wir dann natürlich auch brauchen. Mal mit dem Boden da hinten so ein bisschen ändern müssen. Dann auf der Insel. So, da oben ist... ...auch noch ein bisschen Eisen. Da. Und da bauen wir uns jetzt mal kurz hoch. Damit wir uns den Eisen... ...oder das Eisen da auch holen können. Oder ist der über uns? Also hier sind seine Schritte sehr laut. Also glaube ich fast, dass der über uns ist. Was wir hier letztendlich dann aus der Höhle machen, weiß ich noch nicht. Für Vorschläge bin ich natürlich offen. Aber vielleicht können wir die irgendwie für uns dann noch zu Nutzen machen. Oh, schon wieder die Axt genommen, Mann. So. So. Kohle gibt es hier wirklich sehr, sehr viel. Fällt mir ein, einen Ofen brauchen wir auch noch, ne? Ein bisschen unsere Essensskala im Griff behalten. Äh, im Blick behalten. Für die Höhle habe ich noch so gar keine Idee. Vielleicht, weil ich gerade noch so vom Ideenmodus die ganze Zeit im Kopf habe, was mache ich aus unserer Wohnung? Oder wie machen wir unsere Wohnung? Oh, oh. Aber dennoch finde ich es schön, dass wir jetzt mal unsere erste Höhle so ein bisschen angeguckt haben. So, hoffe ich mir eigentlich nur noch, dass hier nicht der Skeletor gleich kommt. Da geht es noch sehr tief rein. Och, Mensch. So, die Kohle da unten wird ja wohl auf uns warten. Nein. Aua. So, Kohle ist wieder voll. Ich weiß nicht, was wir hiermit machen können. Ich, ich habe ja keine Ahnung. Wir haben jetzt auf jeden Fall ein paar Mal Kohle mit. Vielleicht schmeißen wir die Blumen einfach mal kurz weg. Um dann die Kohle hier aufzunehmen. Ich meine, die Blumen finden wir wahrscheinlich öfters als Kohle. Was nicht heißt, ne, dass, äh, dass die Kohle mehr wert ist. Vom, vom Finanziellen wahrscheinlich schon. Haben die schon einen größeren Mehrwert. Aber die Blumen sind natürlich einige schöner. Ich glaube, da hinten ist Lava. Ja. Hallo, Schwein. Tut mir leid, Schwein. Das Fleisch sammelt. Ey, jawohl. Wir haben jetzt sechs Stück. Ähm. Hä? Wer war das? Ja, das, das Geräusch kam von mir. Äh. Wir haben mal einen kleinen Lavaspot gefunden. Kühe. Oh, da ist schon wieder die nächste Höhle. Und da möchte ich jetzt ungern reinfallen. Da sehe ich schon alles mögliche. Skelett. Oh. Oh, 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 oh. Okay. Hier geht's auch tief runter. Ich geh da nicht mehr so dicht hin. Ich weiß, ich bin beim Erkunden unserer eigenen Insel, bin ich da auch runtergefallen. Und bin gefühlt direkt gestorben, weil ich nicht mehr rausgekommen bin. Hier ist auch noch was. Hallo? Gott, hier gibt's wirklich viele Höhlen. Pass auf, wir gehen jetzt mal kurz zurück. Ich hoffe, ich find den Ort hier auch wieder. Ich geh jetzt einfach mal davon aus, dass wir da irgendwo wohnen. Ja, da ist unsere Insel. Hinter unserer Insel müssen wir dann also lang, wenn wir... Oh, oh, oh. Wenn wir diesen Ort hier wieder sehen wollen. Den merken wir uns dann auch mal. So, wir schwimmen mal zurück. Damit wir uns vielleicht auch mal irgendwie eine Kiste langsam bauen können. Wo wir ein bisschen unser Equipment unterbringen können. Zumindest vorübergehend... Na klar, so eine Höhle wäre jetzt auch gut gewesen, dass wir da drinnen zuerst spawnen. Oder uns aufbauen. Aber ich glaube, wir sind hier gestrandet... Also hier zur Welt gekommen und... Werden dann auch hier, glaube ich, erst einmal bleiben. Also gehen wir jetzt mal kurz da hoch. Na gut, hier ist natürlich auch blöd gelaufen. Das wird die da nicht ganz so. Das stört mich jetzt schon. Aber wir bauen das ja eh nochmal um, deshalb ist das nicht so dramatisch. So, unsere Werkbank haben wir hier auch. Ich weiß halt nur nicht, wie das funktioniert mit so einer Kiste. Das ist das Blöde. Ich weiß nicht, geht das nur hier? Äh, gucken wir mal. Was ist denn hier eine Kiste? Das hier ist eine Kiste, ne? Also eine Truhe meine ich natürlich. Die nehmen wir mal. Und um eine Truhe zu bauen, brauchen wir Platz. Wir haben aber keinen Platz, um Platz zu schaffen. Prima. Okay. Dann können wir eigentlich hier kurz was hinschmeißen. Das schmeißen wir dann mal kurz hier hin. Äh, wir nehmen mal kurz die Stöcker. So. Schmeißen kurz die Stöcker hier hin. So. Machen wir uns jetzt kurz eine Truhe. Zack. Stellen die einfach mal hier hin. Und dann können wir hier ein paar Sachen reinpacken. Können wir da zusammen... Ach nee, das ist was ganz anderes. Diese 64er Dinger Kohle können wir wegpacken. Den Feuerstein packen wir mal da rein. Hier ist auch noch Kohle. Die behalten wir mal hier. Wir packen mal den Knochen da rein. Äh, die Türen. Die Leiter packen wir mal da rein. Die Tintenbeutel. Ich hab gar keine Ahnung, was wir damit machen können. Den Tonklumpen. Ich glaub, da können wir Steine oder so draus machen. Die Wolle behalten wir auch mal. Wir packen die Steine mal alle hier oben hin. Hellgraue Wolle haben wir auch. Bruchstein. Tonklumpen. Packen das Essen mal so ein bisschen hier zur Seite. Die Werkzeuge packen wir mal hier hin. Das hier packen wir mal hier mit in diesen Tannenzapfen da. Ach, das Essen will ich doch gar nicht reinpacken. Das Essen wollte ich hier lassen. Das Bett packen wir mal hier rein. Wobei, das sollte man, glaub ich, mitnehmen, weil, wenn wir da mal irgendwo sind, dann können wir das, äh, können wir das direkt benutzen. Die Spitzen pack ich mal da rein. Ich hab noch gar keine Ahnung, was wir damit machen sollen. In irgendeiner Art und Weise. Dann glaub ich fast, dass das so schon reicht. Nehmen wir unsere Sticks hier wieder auf. Und wir futtern mal kurz was. Da sind wir ja auch schon fast kaputt. Jetzt können wir vielleicht mal gucken, ob wir so ein Dings bauen können. So ein Kamin. Aber der geht auch noch in der Werkbank, ne? Kicken wir hier mal. Bogener Tisch. Was macht der? Kann man eine Zielübung oder so machen? Wie können wir uns denn einen Ofen bauen? Können wir das hier schreiben? Ofen? Hier ist er. Ofen. Der geht mit Bruchstein. Ist der jetzt auch hier bei? Also wenn wir das hier wieder weg machen. Kommt das nur dahin, wenn wir den auch finden? Kessel. Ein Boot können wir uns machen. Tropenholzboot. Hängeschilder. Okay. Also es ist jetzt dunkel. Ich weiß nicht. Ich hoffe, dass uns die Hütte jetzt nicht abfackelt, wenn wir hier so ein Ding hinstellen. Das weiß ich nämlich auch nicht. Genau gegenüber vom Bett. Da haben wir ein bisschen Ruhe. Holzkohle. Getrocknete Seetank. Gebratenes Fleisch. Glas. Für Glas brauchen wir Sand. Wir gucken mal. Für Essen. Rohes Schweinefleisch und Kohle brauchen wir dafür. Hier brauchen wir Fisch. Und das ist eigentlich relativ klar hier, ne? Da brauchen wir das Essen. Seetank können wir auch essen. Dann haben wir getrockneten Seetank. Blockmäßig können wir hier Glas machen. Mit Sand. Stein können wir machen mit Bruchstein. Eisenbarren mit Roheisen. Und Ziegel können wir mit Lehm machen. Äh, mit Tonklumpen. Holzkohle. Mit Lava. Und Schwarzeichenholz. Prima. Fangen wir mit Essen an. Ich glaube, Essen ist wichtig, oder? Komm, wir machen mal den. Wir machen mal ein bisschen Kohle rein. Mal ein bisschen mehr hier. Aber nicht so geiern, ne? Zack. So. Ähm, dann machen wir vielleicht mal das Essen hier hin. Und ich hoffe, unser Haus fackelt jetzt nicht ab. Ist jetzt nicht so klug, äh, in so einem Baumhaus. In so einem Baumhaus mit Feuer zu spielen. Aber wir können hier vielleicht auch mal ein paar Fackeln hin machen. So. Vielleicht. Vielleicht machen wir mal einfach hier eine hin, wenn man reinkommt. Und hier. Vielleicht da noch eine. Wenn das nicht schon zu hell ist, vielleicht. Aber so ist das, glaube ich, okay. Gebratene Schweinefleisch. Schön. Ich weiß nicht, ob wir dadurch, ob das, ob das mehr Energie bringt, wenn es gebraten ist. Oder. Das weiß ich nicht. Aber wir werden es natürlich herausfinden. Geht das eigentlich auf. Ach, das ist jetzt Eisen. Das ist, ich dachte, das ist Hähnchen. Huch. Naja, es sieht ja auch ein bisschen aus wie ein Hähnchen. Egal, machen wir uns einen Eisenbarren. Ist ja auch nicht schlimm. Geht das jetzt schneller, wenn wir schlafen? So, haben wir so ein bisschen kuschelig warm hier drin. So, gucken wir jetzt mal. Natürlich nicht. Ich dachte, ich habe jetzt hier voll den Heck erwischt. Da vorne brennen sie wieder, die Arschlöcher. Brennt ihr Schweine. So, wir lassen den hier mal kurz Ofen sein. Können wir vielleicht noch einen machen, oder? Mit zwei. Oder brauchen wir? Nein, wir brauchen noch keine zwei. Einer reicht. Können die Eisenbarren hier schon mal mitnehmen. Wo packen wir die mal am besten hin hier? Mit Metallurgie. So, warte. Wir gucken mal in unserem Inventar. Was können wir aus Eisen jetzt alles machen? Eisenklumpen. Warum sollten wir uns einen Eisenklumpen machen? Er wird nicht aus einem Eisenklumpen ein Eisenbarren. Eine Schere können wir uns machen. Die machen wir uns mal. Warum, weiß ich nicht. Ich glaube, mein Sohn hat mir mal gesagt, im Vorfeld, dass man damit Schafe, das Fell abschneiden kann. Und es ist ja besser, wenn wir den Schafen das Fell abschneiden. Auch wenn ich gar nicht weiß, ob wir das Fell schon brauchen. Wenn wir dann aber das Fell abschneiden, ohne sich immer zu töten. So, da ist jetzt der letzte. Zack, dann haben wir neunmal Eisen. Wir stecken jetzt mal. Das ist schon gebraten, ne? Gebratenes Fleisch. Stecken wir mal das da rein. Rohes Hammelfleisch. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es dadurch jetzt mehr Energie bringt oder nicht. Das weiß ich nicht. Aber macht ja auch nichts. Gebratenes Fleisch schmeckt ja in der Regel immer viel, viel besser. Dann kann man die Kohle hier auch gleich wieder mit reinpacken. Dann sind wir die auch wieder los. Und dann denke ich, kommen wir hier eigentlich relativ gut nach vorne, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Kiste haben wir jetzt auch schon. Mit ein bisschen was. Ich weiß noch nicht, was wir hier von alles noch brauchen und nicht. Deshalb halte ich jetzt mal alles. Kies brauchen wir jetzt vielleicht nicht so extrem. Und Wolle vielleicht auch noch nicht. Hellgraue Wolle. Weiße Wolle. Habe ich keine normalen Steine mehr mitgenommen? Bruchstein. Das sind normale, ne? So, da ist das Fleisch auch fertig. Dann klatschen wir den hier noch rein. Und dann haben wir die Klon... Äh, die Klon... Die Klon... Also den Tonklumpen noch. So, haben wir hier gebratenes Hühnchen. Das packen wir rein. Lecker, lecker haben wir hier jetzt. Gut, dem müssen wir jetzt nicht die ganze Zeit zugucken hier. So, wir gucken mal kurz... Oh. So, auf unseren... Das ist schön, wie das mit den Leitern hier klappt, ne? Auf unserem Platz... Dafür hätte ich vielleicht ganz gerne auf unserem Baumhaus gestanden, damit wir da nochmal ganz kurz... Die Lage checken können. So, warte. Wir nehmen mal unser Dreck. Und unser Vorhang klappt nicht. Warum kann ich hier nichts bauen? Achso, weil ich die nicht ausgewählt habe. Ist doch ganz klar. Dafür muss man jetzt erstmal aus Wut... Das Gebüsch kaputt machen. So. Also. Das ist ja sehr schief hier. Wobei. Da müssten wir lang. Das ist aber schon... Eigentlich ist dieser ja schon fast die Mitte. Und im Prinzip müssten wir das Ganze ein Stück weiter darüber bringen. Damit das so eben ist mit dem hier. Das hier so. Zack, da durch. Plopp. Vielleicht bauen wir uns ja in der nächsten Folge einfach mal durch. Bis nach da hinten irgendwo. Oder wir bauen uns da ganz runter und dann hier lang. Und dann sehen wir ungefähr, wo wir das hintragen müssen. Und dann machen wir diese Insel praktisch ein Stück weiter darüber. Oder lassen das stehen und füllen das nur auf. Vielleicht. Und dann machen wir das noch nicht, damit wir da dann aber unser wunderschönes Jagdhaus hin kloppen können. So einen richtig großen, ja, stelle ich mir vor, mit Schwein und ein bisschen Bauernhof mäßig. Wenn sowas hier funktioniert. Ich wüsste nicht wie. Vielleicht schreibt mir das der eine oder andere rein, wie man hier so die Bauernhöfe, so Schweine züchten könnte und sowas. Vielleicht geht das ja irgendwie, dass man da überlebt. Dann haben wir hier aber auf jeden Fall so ein bisschen was. Ja, anschließend wollen wir uns noch so eine kleine Strandhütte hier machen, dass wir da auch vielleicht die Fische dann so an Land ziehen können und ein bisschen angeln können und sowas. Bisschen Überlebensquelle und dann, ja, können wir mal gucken, was wir auf unserer Insel noch so alles Schönes machen können. Das sind jetzt so die Projekte, die in den nächsten Tagen anstehen werden. Das heißt, die Hütte hier und dann hier die Strandhütte und dann würde ich mir ganz gerne da hinten nochmal den Tunnel angucken oder die Höhle und da ist ja irgendwo noch ein Lava-Ding und hier gibt es auf jeden Fall noch einiges zu tun für uns. Einige andere werden wahrscheinlich schon sehr viel weiter wie ich, weil sie einfach das Spiel kennen. Hier ist noch eine Leiter, die können wir mal abmachen und sie nach unten fallen lassen. Aber das ist mir eigentlich egal. Ich mache das hier nicht auf Krampf, dass wir hier rucki zucki durch sein müssen. Ich mache das hier einfach, weil ich Bock auf das Spiel habe und dann ist mir auch egal, wie lange das Ganze dauern wird. Gut, okay, während ich hier oben stehe und so ein bisschen fantasiere, was wir hier noch hinbasteln können, wie das am besten wird, werde ich die Folge einmal beenden. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Lasst mir gerne was da, passt auf euch auf und heute kommt ja noch Eugenos Folge oder sie ist schon gekommen. Ich weiß es noch nicht, weil ich immer noch in der Aufnahmesession bin, wieder wie von gestern. Deshalb kann ich auch noch nicht auf die Kommentare antworten. Das wird dann erst in der nächsten Woche was. Ja, aber ich bedanke mich trotzdem fürs Zugucken und hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Freunde, ciao, ciao.